Guten Abend, herzlich willkommen bei GefragtJagd. Das sind unsere vier Mutigen, die den Applaus verdienen, weil sie alle der Meinung sind, dass sie einen Jäger besiegen können. Warum sind sie der Meinung? Wir fragen sie direkt selbst. Lieber Jäger, mein Name ist Birgit Hoppe. Ich habe täglich mit Kindern zu tun, die meinen, sie wüssten alles besser. Mir ist die Psychologie eines Jägers also völlig vertraut. Ich heiße Kai Lenze und mein Lebensmotto war immer, Geld und Angst habe ich nie gehabt. Aber das mit dem Geld, das wird sich ja heute ändern. Mein Name ist Dorothee Lampert. Ich bin aus Halle und ich besiege sie alle. Ich heiße Max Thiem. Als Germanist weiß ich, wie man sorgfältig mit Wörtern umgeht. Ich werde es mir so einteilen, dass ich heute das letzte Wort habe. Hallo Jäger, mein Name ist Hans Mitschke. Ich war viele Jahre Bürgermeister und heute beginnt meine Amtszeit als Quizmeister. Ich heiße Eleni Scholze. Ich singe in einem Gospelchor und heute wird es Zeit für ein Oh Happy Day. Mein Name ist Christian Reichert. Ich komme aus Hamburg und heute hole ich mir das nötige Kleingeld, um das Hemd zurück nach Hawaii zu bringen. Ich heiße Nicole Hartmann. Ich komme aus dem schönen Kiel. Und mit uns Kielern haben die Jäger ja so ihre Probleme. Das haben sie nicht. Hallo Jäger, mein Name ist Faustin Vittorio. Vittorio steht für Sieger. Weißen Bescheid. Hallo Jäger, mein Name ist Sabine Neis. Ich arbeite als Altenpflegerin und heute Abend wirst du alt aussehen. Hallo, mein Name ist Inga Lamprecht. Ich bin Schwimmmeisterin, aber heute tauche ich als dein Untergang auf. Ich heiße Uwe Werner, Alfred Bittner. Ich bin gelernter Koch und heute gilt die Devise, grill den Jäger. Hallo Jäger, ich bin Pascal Schuster und als Sportkommentator biete ich dir an, nach der Sendung deine verheerende Niederlage mit dir zusammen zu analysieren. Mein Name ist Bianca Alfred Koch und ich liebe Karaoke und bereite dich heute schon mal auf Queen vor, denn we are the champions. Ich heiße Ulrich Börder und in meinem Examszeugnis steht, dass ich die Befähigung zum Richter habe. Heute zeige ich dir mal meine Qualitäten als Henker. Mein Name ist Nicole Hofmann. Als Autorin mache ich es gerne spannend für meine Leser. Sollte ich heute mal falsch antworten, dann liegt das nur daran. Hallo Jäger, mein Name ist Klaus Klöckner. Ich lese sehr gerne und werde dir heute die Leviten lesen. Ich heiße Cindy Christi Lembke, arbeite beim Finanzamt und bin es gewohnt mit großen Beträgen umzugehen. Mein Name ist Tobias Ulrich. Beruflich prüfe ich die zahnärztliche Abrechnung. Wenn du mich jagen willst, dann musst du definitiv einen Zahn zulegen. Ich heiße Helga Roth und ich liebe Tragödien. Und für dich hat man hier ja schon genügend Fallhöhe aufgebaut. Hallo Jäger, mein Name ist Stefanie Kunde und ich habe ein Herz für Hunde. Und du weißt ja, den Letzten beißen dieselbigen. Hallo Jäger, ich heiße Thorsten Bär. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Aber dir Jäger verspreche ich, mit dir werde ich heute Schlitten fahren. Hallo, mein Name ist Carolin Weber. Auch ich liebe Hunde. Meine sind sehr zutraulich. In Acht nehmen musst du dich vor dem Frauchen. Moin Jäger, ich bin Daniel Kubser. Ich wasche in Afrika Piratenjagen. Dagegen wird das hier ein Kaffeekränzchen. Hallo Jäger, ich bin Dietmar Brücher. Ich bin Fan von Fortuna Köln und damit schwierige Ausgangslagen gewöhnt. Hallo Jäger, mein Name ist Claudia Nickels und ich bringe jeden Tag den Kindern Wissenswertes über Wasser bei. Und dir, mein lieber Jäger, reiche ich selbiges auf jeden Fall. Hallo Jäger, ich bin Christian Becker. Als Altider habe ich beruflich viel mit Nullen und Einsen zu tun. Und dir werde ich zeigen, dass du die Null bist. Hallo Jäger, ich bin Katharina Biber und leidenschaftlich neugierig. Im Moment vor allen Dingen darauf, wie du mit deiner Niederlage umgehen wirst. Hallo, mein Name ist Franz Nübel und ich möchte es dem Jäger mit Elvis sagen. Hallo, mein Name ist Marie-Louise Breski, ich spiele leidenschaftlich gerne Violin und in diesem Duett werde ich die erste Geige spielen. Mein Name ist Robert Biermer, ich habe einen bayerischen Glücksbringer mitgebracht, den schenke ich dir nach der Sendung als Trostpreis. Ich heiße Anja Bernhard, ich habe schon einmal Günther Jauch verwirrt. Heute sind Sie an der Reihe. Hallo, ich bin Aramis, ich bin Schlagzeuger, aber auch schlagfertig. In Kältegötter Mertens, in meinem Job brauche ich sehr viel Empathie, aber freu dich nicht zu früh, heute bin ich ganz privat hier. Mein Name ist Michael Bauer, ich fahre Fahrgäste mit 5000 PS durch Bayern, aber ich bräuchte auch noch dringend 5000 Euro, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Ich heiße Xona Bachtiri, die Aussprache meines Namens ist heute dein kleinstes Problem. Hallo Jäger, mein Name ist Gabriele Zeller, ich berate Menschen in Schönheitswagen. Doch heute geht es nur darum, dass ich gut aussehe. Ich heiße Dennis Karimane, ich bin Musikproduzent und ich zeige dir, wo die Musik spielt. Mein Name ist Christina Fünfer, als Rettungssanitäterin empfehle ich heute, rette sich wer kann. Ich heiße Hans Werderter, meine Pferde habe ich zuhause gelassen, aber einen wilden Ritt verspreche ich dir trotzdem. Da freu mich drauf. Moin Jäger, mein Name ist Werner Hesselink, ich bin Minimalist und mein Minimalziel ist es, dich zu schlagen. Ich heiße Susanne Roth, ich habe eine kleine Tochter, die hat oft die Hosen voll. Nach unserem Duell wird es dir genauso gehen. Moin, ich bin Steffen Klavitta, ich bin Kneipenquizzer und kann ich jetzt endlich mal ein Bier bekommen? Ich heiße Anne Brand. Mein liebstes Hobby ist Kugelstoßen. Gegen mich solltest du lieber keine ruhige Kugel schieben. Anne, Susanne, Werner und Steffen, das ist unser Team. Hallo Jäger, mein Name ist Manuela Kiesel. Beruflich habe ich viel mit Wortschätzen zu tun und heute sage ich zu dir zur Sache Schätzchen. Ich heiße Matthias Erich, ich weiß, dass es schwer ist gegen dich zu gewinnen, aber wenn ich nicht dran glauben würde, dann säße ich heute nicht hier. Mein Name ist Piera Baldari und ein Sprichwort besagt, wo ein Wille ist, der ist auch ein Weg und ich sage, geh mir aus dem Weg. Ich heiße Marcel Schimmweg, ich bin Dartspieler, treffsicher und fallschnell. Hallo Jäger, mein Name ist Bianca Popa. Ich studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Das heißt, ich werde ausgebildet, um Menschen eine Lektion zu erteilen. Ich heiße Markus Fehlo. Ich dachte, die Jäger wollen mich mal persönlich kennenlernen, nachdem ich sie in der Quiz-App besiegt habe. Ich heiße Tanja Schmidt, ich bin im Sternzeichen Fische geboren und möchte dem Jäger heute gerne durchs Netz schwimmen. Ich heiße Florian Schirk, ich spreche Chinesisch und deshalb wirst du heute nur noch Chinesisch verstehen. Hallo Jäger, mein Name ist Marion Flach und ich bin in der Anlageberatung tätig. Bei mir ist das Geld in guten Händen. Ich heiße Bramir Sunic, ich bin auch bei einer Bank, in der Risikoanalyse. Mein Name ist Simone Meier, ich bin nicht bei einer Bank, aber rate mal, was mein Lieblingslied von ABBA ist. The winner takes it all. Ich heiße Thomas Simon, meine Geldanlagen sind Oldtimer. Dafür lasse ich heute den Jäger wie altes Eisen aussehen. Hallo Jäger, mein Name ist Wolfgang Karnert und ich bin Schlangenfreund. Ich werde dich heute besiegen und das sage ich nicht mit gespaltener Zunge. Ich heiße Monique Schlichting, ich arbeite im Einzelhandel und weiß, wie man auspackt, aber du kannst heute einpacken. Ich heiße Marco Marzano, ich bin passionierter Hobbykoch und heute haue ich dich in die Pfanne. Ich heiße Beate Weise und mein Name sagt ja schon alles. Hallo Jäger, ich bin Miguel Sifuentes Perello und mein Name ist nicht das Einzige, was dir heute Spanisch vorkommen wird. Ich heiße Petra Kohl und für mich heißt das Spiel heute gefragt, gejagt, gewonnen. Hallo Jäger, ich bin René Maaßen aus Viersen. Apropos vier. Wir vier sind hier, um zu gewinnen. Ich heiße Claudia Krafczyk und in meiner Freizeit spiele ich Hockey und heute schlage ich dich doch ohne Schläger. Hallo Jäger, mein Name ist Andrea Dresling. Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau und für dich geht's heute dahin, wo der Pfeffer wächst. Hallo Jäger, mein Name ist Kave Kukrea und ich bin Projektmanager aus Frankfurt und mein aktuelles Projekt heißt den Jäger platt machen. Hi, mein Name ist Annette Bauer. Ich arbeite in einer Fahrschule und heute wird der Jäger mit einer knallharten praktischen Prüfung zur Rechnung haben. Ich heiße Udo Böck, ich bin Pharmareferent und du wirst heute eine bittere Pille schlucken. Hallo Jäger, mein Name ist Annike Dornbusch. Ich bin Theologin. Ich glaube an den Heiligen Geistesblitz. Ich heiße Sven Togel, ich bin Berufssoldat und ich bin von der schlauen Truppe. Mein Name ist Ann-Kathrin Kegel, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, wie Jäger zum Beispiel. Ich heiße Adrian Krull. Als Hobbymusiker werde ich heute den Ton angeben. Hallo Jäger, mein Name ist Christopher Ruppert. Ich bin seit sechs Jahren Nachtschwester und bei mir musst du vorsichtig sein, dass du nicht auch bald alt wirst. Ich heiße Pia Barth und habe beruflich mit Geld zu tun. Und heute, lieber Jäger, nehme ich von dir Geld mit nach Hause. Mein Name ist Stefan Jögensen, ich bin Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn und für dich ist heute der Zug abgefahren. Hallo Jäger, mein Name ist Leni Brehm-Keil und als Theaterregisseurin muss ich dir leider sagen, die heutige Vorstellung wird für dich ein Fiasko. Mein Name ist Hans-Jürgen Bracker, meine Leidenschaft ist das Studium Generale und heute mache ich Tabula Rasa. Mein Name ist Ramona Sturm, in der Schule werde ich fürs Besserwissen bezahlt und hier bestimmt auch. Mein Name ist Felix Gottwald, ich bin Pilot und sorge dafür, dass du heute den Abflug machst. Ich heiße Sibylle Jüttner, mein Sohn hat mich angemeldet, jetzt muss ich da durch. Hallo Jäger, mein Name ist Lars Hickler, als angehender BWLer optimiere ich Betriebsabläufe. Heute bin ich jedoch nur hier, um den Gewinn zu maximieren. Hallo Jäger, mein Name ist Dastjev Sarangirin. Als Menschen machen wir Fehler. Die Frage ist, wer fängt von uns beiden damit an? Hallo Jäger, mein Name ist Frank Fibiker und ich fahre gerne Downhill. So richtig bergab geht es aber heute für dich. Hallo Jäger, ich heiße Nathalie Palotz und bin leidenschaftliche Wassersportlerin. Heute gehst du unter. Hallo Jäger, mein Name ist Estivalis Bössum und meinen Namen richtig auszusprechen, wird heute dein kleinstes Problem sein. Hallo Jäger, ich heiße Marie-Louise Leberke. Sonntags schlage ich die Orgel und heute dich. Hallo Jäger, mein Name ist Vivica Schwan und als Hobby-Turnierreiterin liebe ich den Wettbewerb. So ein Jäger ist mir da ein willkommenes Hindernis. Hallo Jäger, ich heiße Erin Stickler. Normalerweise buche ich für meine Kunden Flugen zu ihren Traumzielen, aber heute schicke ich dich zum Mond. Hallo Jäger, mein Name ist Bettina Hofmann. Ich war 40 Jahre lang Lehrerin. Etwas muss doch hängen geblieben sein. Ich heiße André Hartin. In meiner Freizeit mache ich Triathlon und am Ende werde ich den längeren Atem haben. Mein Name ist Marie Wolf, sonst hau ich die Kegel um, aber heute werde ich dich umhauen. Ich heiße Luca Schäble. Normalerweise überwache ich den Luftraum und heute habe ich dich auf dem Radar. Hallo Jäger, mein Name ist Manuela Arp. Ich bin Skilehrerin und sage, willkommen auf der schwarzen Pistole. Ich heiße Michael Hagemann und wie heißt es im Fußball so schön? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Mein Name ist Luise Haug. Ich bin Psychologin und ich habe schon ganz andere Menschen betreut. Ich heiße Hagen Führer und als angehender Richter fange ich mal damit an, dich zu richten. Hallo Jäger, mein Name ist Anna-Sophie Duzade-Venöje. Meine Leidenschaft sind die Pferde und heute zeige ich dir, wer die Zügel in der Hand hat. Hallo Jäger, mein Name ist Helga Gref. Als Radiologie-Assistentin habe ich viele Menschen durchleuchtet und heute geht mir ein Licht auf. Ich heiße Beringi Kikapfer, ich bin Juristin und am Ende dieser Sendung werde ich nichts zu klagen haben. Hallo Jäger, mein Name ist Edith Zeper-Maleki. Mag ja sein, dass du sehr schlau bist, aber wie heißt es doch so schön, das Glück ist mit den Dummen. Ich heiße Beringi Kikapfer, ich heiße Beringi Kikapfer, ich heiße Beringi Kikapfer.